Jo Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich habe gesagt, ich laufe wieder hierher. Wir sind aber in der letzten Folge zum dritten, zweiten Mal zu gestorben. Ich glaube wir sind zum zweiten Mal hier, haben ein bisschen unser Haus angefangen. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Und sind zum zweiten Mal weggesprungen. Ja, wir sind explodiert, besser gesagt. Wo liegt der Lut? Hier unten. Die liegt der Rest. Beim ersten Mal. Super. Dann haben wir ein bisschen was. Dann baue ich hier einfach ein paar Bäumchen. Oh, was wollte ich tun? Ach ja, stimmt. Eins. Oder sind genug überhaupt hier dafür? Nee, komm, Alter, ich baue jetzt eine schnelle Kuppel. Äh, ne, ne, nehmt mir weiter. Ich wollte nicht dafür sogar beihaben. Ich habe einfach schon wieder ein Stack Erde fast. So. Warum geht eigentlich darauf hier nur das? Weißes Bett. Da fehlt mir ein bisschen was. Ich möchte aber... Oh, ne Armbrust. Hö. Da. Da. Ich brauchst nix. So eine Kacke. So. So. 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 8, super, hab ich das schon mal erwünscht, ja Oh, ich hoffe, es reicht Komm, bitte Zepfe, Schaufel, Entschuldigung, Zepfbuch, was Ach, nur Hersteller Jetzt ist das wieder drinnen Man muss ja das noch nicht im Tod neu einstellen So, ich würd gern hier ne Koppel haben, glaub ich Wo die soll hier am besten runterführt, glaub ich Zack Denn Ich glaub ich, zu viel verlangt schon, oder? Hier oben wird in so ein Haus irgendwann mal reingebaut Boah, Alter Ja, für das erste reicht das schon mal So Gut, dann bräuch ich schnell ein bisschen Weizen Wie macht man Weizen? Warte einfach, man ist erstmal Rotten Flash Ja, und wartet auf die Nebenwirkungen Ne, kann's nicht so sein, dass das, äh, du nimmst Zack Ja, nimmst paar Stöckerchen Du machst hier so Dann Mal schleichen So, dann hast du ne Hole Dann hab ich hier drei Weizenkörner Hab ich auch zufällig Ne Ich hab ein paar Skelette umgebracht, aber Nichts bekommen noch von dem Gut, das wird erstmal reichen als Koppel Dann macht man so Zack, zack, zack Da Dann hat man's eigentlich schon So, dann Das zweite war Ich hab letztes Mal angefangen Mir Glas schein zu machen Heute aber nicht genug Glas Also, dann ist Glas gefangen Äh, Sand für Glas Sechs Zeichen Und ich hab noch was Wollte ich machen Ich wollte Das da reinschieben Äh, ich wollte Die Tür erweitern Das hab ich noch Mir so gedacht Weil eigentlich passt es von der Form Das ist ja ne Doppeltürenhauer Ich find Doppeltüren sehen immer auch geil aus So, dann muss ich, äh Zack, zack machen Dann wieder auf E gehen Zack, zack Und zack, zack Dann bricht das bestimmt wieder falsch aus, oder? Ich konnte auch Da Ne, meine Fresse Äh, äh So Glarschein Zack, zack So Da fehlt auch noch einer Da fehlt noch ein Block Und zack Gut Dann haben wir schon mal das Problem gelöst Dann kann ich einfach mal gucken Ob ich da paar Äherchen reinwerfe Und das passiert Gut Dann haben wir das Problem auch geklärt Ich hab grad noch ein bisschen Bock auf irgendwie ne Ich weiß ich nicht Irgendwas mit Leder Landherrlich Und hier werden mich jetzt auch halt Ich weiß nicht was ich für das zeichnen Oh, zwei Leder Du mir bracht Oh, das sieht richtig geil los Das bring ich nicht um Persönlich weiß es nicht Was? Hab ich gebracht? Nein Ich hab da hier bestimmt noch Zack Zack Muss ich noch ein bisschen Holz fahren können Ich dachte es bringt genug, dass ich wenigstens den Haub oder zu machen kann Ich hab nur zwei Leder Jo, das ist Oh, Clay Also, Clay Wie heißt es denn auf Deutsch? Treibsand? Ne, Treibsand ist es nicht Das heißt der Quicksand Ich weiß gar nicht Das ist, glaub ich, Clay Das ist eingedeutscht Ach, keine Ahnung Wenn ihr es wisst, schreibt es einfach in die Kommentare Ich bin doch offen Dann war jetzt ganz wenigstens am nächsten Mal richtig sagen Bevor jemand sich da rummeckert Ja, ganz gern Englisch oder so Ja Bin ich nicht so nett, aber Ja, ich bin halt kein Englisch-Experte Hab halt mein Studium nicht in Englisch gemacht Oder besser gesagt Ich hab noch gar kein Studium gemacht Und noch besser gesagt Ich will auch gar kein Studium in Englisch machen Scheißdreck hier Dann müssen wir noch ein bisschen Kohle Aber am besten fahren müssen wir noch ein paar Level kriegen Und noch ein bisschen vielleicht Ich finde auch, ah, hier sind es wie richtig genauer ist Alter, es geht so langsam mit einer Holzspitzecke voran Das ist so schön dunkel Ah, 5 Level Level 5 Das ist ja wie ein Traumserberland hier Ja, noch eins Und kaputt So Dann würde ich sagen Ist das denn hier ein Lagerfeuer? Was bringt denn? Ich hab gerade übelst Bock aus raus, was das jetzt bringt Was kann das denn? Sag, kann man drauf um die Essen braten oder so? Ach, du Heilige Kann man das irgendwie links klicken? Hä? Was ist denn das? Oh, bitte frackel das hier nicht irgendwas an Gut Kann ich da Ich will nicht mehr die Kottel in die Hand nehmen Ich will es da raufwerfen Da rauflegen Da steht ja geil aus Was passiert denn da? Ich will mal meine Lotte ins Feuer halten Ja gut, ich lasse das mal Es wird schon wieder dunkel Ich brauche dringend ein Bett Ich hab dumme Lagerfeuer Dann singe ich auf mein Lagerfeuerlied Ich bin echt langsam gespannt, was da gleich passiert Alter, es wird gebraten Das ist ja neust Äh Eigentlich ist das übelst geil Hab Warte mal Ich fährt mal noch schnell Hacke machen Und Nachtfackeln Hm Weil dann kann ich nicht Das schon mal anfangen hier zu braten Kohle rein Bruchstein rein Ich geh mal runter Ein bisschen weiter fahren Natürlich wird die Höhle auch gleich ausgeleuchtet Deswegen hab ich mir einfach noch geholt Zack Zack Da unten kommt auch noch was hin Zack Hm So Eigentlich Wurde jetzt nicht mal viel passen In der Nacht In der Nacht Jo Ein bisschen Stein fahren Dass ich mir auch nen geilen Weg hinbauen kann Zack Zwei Leute Meister Saturherrn Alter Äh Da Was ist das Schwarzpulver Oh Ich krieg sogar der will durchs Braten Ich sag was rein hier oben Oh ja Der sieht geil aus Oh ja Boah geil Schott geil So So Stahl Blatter Stein So ein bisschen abgesteckt Oder so Eigentlich möchte ich hier gern sowas rumziehen Hab ich noch irgendwas zum Braten? Da kann ich noch viel Komponente aufpacken Oder Leder Oder Blume Oder ne Fackel Oder ne Tür Äh Äh Ne Tür Alter Verbrennt auch irgendwas mit Kuma was draufwerfen Na gut Will nicht Doch will Dann ist ganz kurz ne Tür aufm Feuer Ja Reicht das? Nein Fuck Ja es reicht ganz genau Ne Ne Weil ich hier noch ein bisschen durcharbeitern Ich mach mal zu dir glaube Eigentlich würde ich hier mal ein bisschen was ausheben jetzt Das ist ein bisschen was schönes runter machen Ich muss nicht dealen oder so Aber ich glaube ich mach das jetzt und dann sehen wir zur nächsten Folge Und ich sage nur noch Schau Kakao Das ist ein bisschen zu sein Danke Nein Aber